Ich sehe das Gute. Und ich habe neuen Trait freigeschaltet. Subnose Barrel, was macht das? Verursacht mehr Schaden, aber dafür zielt so schlechter. Naja, das ist glaube ich kein Problem. Ich bin mal gespannt, wie weit Angel vs. Madman bei Returnal kommt, weil Bloodborne hat er ja auch abgebrochen. Soweit ich weiß. Da ist er glaube ich nur bis zum Wald gekommen, da mit diesen drei Snake-Männern. Genau, Shadow of Yannam, genau. Oh, neue Data Cube. Soll ich dir auch mal gleich ein Screenshot schicken, wo man den Data Cube aus der Wüste findet? Ach so, oder so. Oh. 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 Oh.